Hallo, ich bin die Anna, Mama eines vier Monate alten Sohnes und heute möchte ich euch das Schnullertuch und den Schlafsack von Fresk vorstellen. Fresk ist eine niederländische Marke, die sich auch sehr auf Fairtrade spezialisiert, also sie sind sogar GOTS-zertifiziert und achten wirklich auf hohe Bio-Qualität. Das Schnullertuch, seitdem wir es haben, ist eigentlich wirklich der ständige Begleiter meines Sohnes. Es ist super praktisch, überhaupt mein Sohn kuschelt sich so gerne an Sachen ran, er benutzt auch gerne so Windeln einfach zum, also Stoffwindeln zum Kuscheln und mit diesem Schnullertuch hat er seinen Schnuller und die Windel in einem und ja, mag es sehr, sehr gerne. Der Schlafsack von Fresk ist eher ein Sommerschlafsack, man kann ihn aber im Winter natürlich auch als Nachthemd benutzen, was ich sehr praktisch finde. Es war so, dass ich die Sachen bei 60 Grad gewaschen habe, obwohl man sie eigentlich nur, glaube ich, bei 40 waschen sollte, aber das hat der Qualität überhaupt nichts abgetan, also es war überhaupt nicht verwaschen, die Muster sind sowieso wunderschön, also das Design gefällt mir sehr gut und die Qualität hat mich auch überzeugt. Und ja, so viel zu meinen Erfahrungen mit der Marke Fresk und mit dem Schnullertuch und dem Schlafsack. Danke fürs Zusehen, Tschüss!